Wir haben unterschiedliche Kristallgitter, die eigentlich die Eigenschaften von allen Werkstoffen erklären. Also eigentlich alles was wir studieren oder alles was wir forschen, bezieht sich auf diesen Kristallmodell. Und es ist einfach erstaunlich, wie ein paar Atome alles bestimmen, was wir eigentlich im Labor machen oder forschen können oder unsere Zukunft allgemein. Also Werkstoffe gibt es eigentlich immer in unserem Alltag, wenn wir in ein Gebäude gucken oder selbst auf diesen Tisch zum Beispiel. Holz ist so ein Werkstoff, wie man auch studiert ist. Also das ist nicht umsonst so geblieben, sondern es wurde studiert, wie man genau den Rand von dem Tisch gemacht wurde oder wie man das eingebaut wird. Das ist alles ein Werkstoff. Wir forschen unterschiedliche Arten, die Werkstoffe neu zu benutzen, sage ich mal. Wir haben auch mal die Forschungsanteile, wie wir zum Beispiel, was wir schon kennen, weiter arbeiten können, sodass wir neue Technologie entwickeln. Auch für, was weiß ich, im Weltall zum Beispiel gibt es auch viele von Werkstoffen oder halt in der Industrie viele Sachen, die schon bekannt sind, weil fast alle Metalle oder fast alle Verbundwerkstoffe oder fast alles ist schon bekannt. Aber wie man die am besten einmischt oder vermischt oder verbindet, damit wir neue Technologie entwickeln können. Das geht um. Das wäre eine gute Zusammenfassung von meinem Studiengang. Ich komme aus Spanien, aus Valencia, um genauer zu sein. Und ich habe Ilmenau ausgewählt, weil es eine kleine Stadt mit einer großen Uni, sage ich immer, weil die Stadt an sich ist nicht so groß. Aber ich würde sagen, die Uni von der Ausstattung her, von den Leuten her, von den Kommunitoren, würde ich sagen, ist einfach super. Wir haben viele Leute, viele Internationale, die einfach da mitstudieren. Wir sind eine kleine Welt, sage ich mal. Wir haben immer von unterschiedlichen Ländern mindestens zehn Leute jeweils. Und das ist sehr schön, weil dann triffst du andere Kulturen. Also bei Werkstoffwissenschaften ist nicht ein typischer männlicher Studiengang, auf keinen Fall. Wir sind auch 50 Prozent Frauen. Und wir sind ziemlich stolz darauf, weil wir haben ein gutes Verhältnis, Mann zu Frau. Ich habe vorher Chemie studiert, nämlich. Und danach bin ich zu Werkstoffwissenschaften gewechselt, weil ich hatte ein Semester Werkstoffwissenschaft. Und ich war einfach fasziniert über die ganzen Themen, die dazu behandelt waren und wie man von vier Atomen schon mal den ganzen Atomkraftwerk aufbauen könnte. Von diesen Ideen war ich einfach erstaunt. Und deswegen habe ich Werkstoffwissenschaften studiert. Kannst du ruhig machen. Es ist kein Problem, ohne Chemie in die Werkstoffwissenschaften zu kommen. Man braucht nicht nur die Chemie, sondern auch die Beziehung zwischen Chemie und Physik und den Werkstoffwissenschaften an sich. Wenn man nicht ein Ass in Chemie ist, dann ist es auch kein Problem, Werkstoffe zu studieren. Wenn man zum Beispiel nur einen Studiengang auswählt, die nur in ein Gebiet gehen kann, das finde ich einfach langweilig. Bei Werkstoffwissenschaften hat man eine Auswahl. Man kann überall gehen. Man hat Konstruktionswerkstoffe, Funktionswerkstoffe. Wir können auch in der Nanotechnologie gehen, in der Biomedizintechnik können wir auch. Also es gibt überall in unterschiedlichen Studiengängen die Vertiefung von Werkstoffwissenschaften. Wenn man schon Werkstoffwissenschaften kann, dann kann man zu allen anderen Studiengängen quasi springen. Also normalerweise, wir fangen immer mit einer Vorlesung an, je nachdem von dem Stoff. Und dann, ich glaube, jeden Tag muss man schon mal im Labor arbeiten, weil Werkstoff ist viel Praktisches und viel im Labor forschen und viel selber probieren, wie das sich anfühlt und alles. Also es gibt immer einen Labortag. Mindestens einmal der Woche müssen wir im Labor und einen Versuch durchführen und dafür ein Protokoll schreiben. Und ansonsten haben wir auch unterschiedliche Übungen und auch viele Treffen mit unserer Betreuer. Weil wir haben normalerweise, wir gehen in eine Forschungsgruppe und diese Forschungsgruppe gibt dir ein Thema, die du einarbeiten musst, für eine Bachelorarbeit oder für eine Projektarbeit. Und da brauchst du regelmäßige Treffen mit deinem Betreuer halt. Also die TU-Illmann hat richtig gute Labore. Chemielabor, Nachchemielabor, Lithographielabor. Wir haben einen Rheinraum, wo wir auch unsere Nanotechnologie ausbreiten. Und wir haben auch unterschiedliche Gebäude, wo viele Laboren zustande sind. Ich persönlich arbeite im Feinwandbau. Da gibt es einen Rheinraum. Da muss man so den ganzen Overall anziehen. Und man kann nur in gewisse Räume reingehen, mit einer Maske in diesem Fall, wegen den ganzen Verschmutzungen, die von uns kommen. Und da finden viele Versuche statt. Zum Beispiel mit dem Raster-Elektronenmikroskop. Da kann man schon Bilder auf der Nanoskala machen. Und das ist ziemlich gut. Also nach der Vorlesung gehen wir normalerweise Kaffee trinken. Das ist der erste Schritt. Und ab da können wir doch gucken. Danach gehen wir auch in die Mensa oder in eine unserer vier Studentenclubs, die auch eher amtlich sind, von Studenten zu Studenten. Da habe ich auch mitgemacht. Da habe ich, glaube ich, meine erste drei Jahre war ich dabei. Ich habe auch mitgemacht und es hat super viel Spaß gemacht, weil da kann man echt viele Leute aus überall kennenlernen. Nicht nur Deutschen, um dein Deutsch zu verbessern vielleicht, aber auch Leute aus China, die ihr auch erzählen, wie sein Leben sozusagen ist und wie sein Lebensmodus ist. Und das finde ich einfach super. Oder man setzt sich einfach vor der Mensa. Vor der Mensa haben hier so eine große Wiese und man kann sich auch sitzen und es kommen vielleicht fünf Leute vorbei, die auch ansprechen. Ja, wie geht es dir alles gut? Und das ist ziemlich nice, weil dann sind die alles, wir sind alle ziemlich nett. Ja, wir haben ein Bewerbungsportal. Das ist alles online jetzt gerade. Und ich glaube, in zwei bis drei Wochen bekommst du sicher deine Antwort.